Willkommen zurück. Wir hören hier immer noch wie geisteskrank am her. Ja, nix wildes. Es wird wieder Tag. Da müssen wir hin. Ich werde immer noch ausschauen nach einer Stelle, wo wir permanent ein bisschen Saft herkriegen. Ich glaube, wir sind jetzt voll. Wir müssen irgendwann mal zurück in die Basis. Rüstung reparieren. Wir sollten jetzt irgendwie mal zusehen, dass wir eine Biene noch in den Ass hauen. Die Rüstung ist so im Arsch. Nur wie und wo. Ich brauche noch mehr Bienenpilz. Hier mehr Bienenpilz. Wir bräuchten auf jeden Fall, wo die Biene nicht hinkommt. Wo sie uns weiter triern kann, aber nicht hinkommt. Dann sollten wir mal unsere Rüstung reparieren. Wir werden was ablegen. Haben wir hier irgendwas, wo wir hinkommen, wo die Biene nicht hinkommt? Das wäre natürlich jetzt ein Geniestreich. Hier ist Honig. Hier ist ein Honigtöpfle. Ich will nur gucken. Hier kommt die Biene gegen. Wohnt hier was neu auf dem Teller? Nee. Kommt die Biene hier drunter? Komm ich hier drunter? Das könnte was sein. Na ja, gucken wir mal. Ich will nur hier was flattern. Hallo. Komm. Da hat sie mich wieder. Das triggert mich nicht, Keule. Da bin ich. Uh, das triggert mich schon. Na komm her, komm. Uff. Du blödes Scheißvieh, komm her. Okay. Ah, ah, die kann ich ja durchstechen. Okay. Okay. Ich kann mich hier durch erwischen. Ähm. Ja, aber wir haben Pollen. Uh. Wir wollen Fliegeviecher. Komm her, komm. Okay. Aber so hart sind die gar nicht. So hart sind sie gar nicht. Ähm. Ja. Das kriegen wir hin. Bär ist kaputt. Ähm. Ne. Das kriegen wir hin. Wir haben jetzt meinen Rucksack wieder. Und dann werden wir uns einer Biene alleine widmen. Ich muss mein Zeug reparieren. Ich muss eh wieder zurück. Habe ich noch... Habe ich noch einen Spinnfang? Hier ist mein Rucksack. Ich bin aber voll. Wir sind gerade, wo ich... ...le傾te. Habe ich noch mal. Ich glaube, wir gehen mal zurück in die Basis. In die Haupt... ...in die Mainbase. Ja, ja, alles gut. Ich glaube, wir müssen das mal reparieren. Wo wir schon mal da sind, setzen wir so eine Distel ab. Wenn du die nicht generell abholst. Mal gucken. Ne, ich glaube, hier war nur Dachis. Nicht oben. Ja, schön. Ja. Okay. Wir nehmen Spinnfang alles mit. Weg nach Hause. Ja, ich muss noch eine Biene töten. Aber ich glaube, blocken und sowas kriegt man das Problem noch eigentlich hin. Aber erst mal Rüstung wieder heile machen. Ist sehr gedamaged. eine Trophäne. Das respawnt. Zeitstück. Eine Wurst. Einmal das. Okay, ich nenne mal respawnt alles wieder. Ist nur halt die Frage, wie lange man dafür braucht. Ich weiß nicht, habe ich einen Spinnfang drüben? Ich weiß es nicht. Okay. Können wir hier was beraten? Ich drehe gerade durch. Also, wir brauchen dich. dich. Okay. Was brauchen wir? Was brauchen wir? Wir haben noch. Wir brauchen noch einen. So, Rüstung. Helm haben wir. Zwei brauchen wir. Perfekt. Und noch Bienenpilz. Gut. Also. Okay, dann gehen wir den Weg halt. Und ab nach Hause. Einfach straight weg. Okay. Einfach wieder straight nach Hause. Wollen wir noch einen Spinnfang da? Ich weiß es nicht. Ansonsten wieder Löwenameisen hoffen, dass da eine Spinne umherpimmelt. Nee, 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 nee. Da will ich nicht lang. Aber ich glaube, ich brauche einen Bärenleder. Brauche ich noch Bärenleder? Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Aber die Rüstung ist schon gut pain. Okay. 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 Nee, nee, nee. Ich bin kein ausgesuchtes Ziel. Lasst mich. Belieb, nett und artig. Hin und wieder. Wenn ich euch nicht töten will. Und zwar nur dann. Und bidum, bidum. Hier ist der Ball. Wir müssen ungefähr in die Richtung, glaube ich. Ja. Aufhängen. Sehr schön. Ich habe ja hier noch irgendwas, was ich essen sollte. Ah, komm. A little chewy, but not bad. So. Ein bisschen Hinterteil habe ich noch. Hm. Zack, zack, zack. Du bist maximal voll. Du kommst in die Essenskiste. Wer haben wir das denn mal? Ähm. Du kommst in die Futterkiste. Das war nicht, was ich damit mache, aber das können wir schon raus. Weil, erstellen. Das Teuch ist gut. So. Geht uns so viel. Aber. Jetzt kann man mal im Überblick über alle Kisten. Es geht ein Spinnenfang für den neuen. Äh. Reparieren. Reparieren. Ne, Inventar. War doch schon richtig. Inventar. Marienkäferteil. 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 Richtig reparieren. Ja. Reparieren. Ah, du bist noch nicht beschädigt genug. Wir brauchen erstmal, was brauchen wir dafür zum reparieren? Komm. Gönnen wir uns. Marienkäfer. Wir brauchen einen Marienkäfer. Wurzuch es zu. Du kommst hier noch rum. Wir brauchen einen Marienkäfer. Wo finden wir jetzt einen Marienkäfer? Ich möchte einen Marienkäfer schlachten. Uh, es ist kein Marienkäfer. Da ist ein Rüsselteakäfer. Manchmal pimmelt hier ein Marienkäfer rum. Uh, haben wir denn noch einen? Ah. Da ist eine Radnetsch-Spinne. Die möchte ich nicht. Hier sind noch andere Viecher. Möchte ich auch nicht. Manchmal eiert hier so ein Ding rum. Hier ist irgendwo noch eine fette Spinne. Hier kommst du wie gut rufen. Hallo. Oh, hier sind viele andere Viecher. Hm, Samtbebe. Aber, ich hab was vor mit dir. Ich geh mal auf den Kopf rauf. Komm. Ich brauch dein Ersatzteile. Ich brauch dein Ersatzteile. Zweimal Marienkäferteile. Okay. Hatten wir hier nicht so ein so ein Saft-Ding? Genau. Erstmal einfach verarsten. Alles Gutes. Danke fürs Erlegen. Okay. Können wir erstmal hier Saft fahren. Wenn wir schon mal hier sind. Jawohl. Jawohl. Wohl der Milbenkiller. Ach, wir nehmen erstmal Saft mit. Saft. Diese Mites sind kein Match für die Mites von kleinen Hälften. Saft. Ihr seid nervig. Mehr seid ihr nicht. Und Bruchstofflieferanten. Vielleicht finden wir irgendwo noch einen Marienkäfer. Hallo. Meins. Meins. Oh, dasselbe ab. Wollen wir irgendwo noch einen Marienkäfer finden? Ich glaube, dass es noch eine Wacheaktion gibt, dass mich so 65 Marienkäfer angreifen. Na, komm her. Nö. Eine Ameise möchte ich jetzt nicht töten. Hier schlummert, glaube ich, ich glaube, das hier schlummert, glaube ich, Achso, hier war ja das. Gut, komm her. Lauf doch nicht weg. Das geht für mich. Das geht für mich. Und das geht für mich. Jawohl. Komm her. So, ich seh aber ab nach Hause. Äh, Bus zum reparieren. Leder müsste ich ja noch haben. Hätte ich ja einiges mitgebracht. Gut, voll. Muss ich eigentlich straight drauf zugehen? Ja, perfekt. Solange habe ich die Karte verinnerlicht. Können wir ja wieder auf Jagd gehen. Nein. Keine Westerfiltration-Tablete brauchen. Wie? Kann ich jetzt meine Rüstung reparieren? Kein Leder mehr? Was? Kein Leder mehr? Ist nicht kaputt. Oh, Leder. Eine Zutat. Leder. Habe ich echt nichts mehr? Och, Mann. Oh, ich kann hier zum Trocknen aufhängen. Nö. Aufhängen. Aufhängen. Och, Mann. Na gut. Schnell verfügbar. Ähm. Haben wir, haben wir, haben wir. Was essen haben wir. Was zum Heilen haben wir. Wir müssen nochmal zur Hecke, würde ich sagen. Das ist voll cool. Na denn. Wir müssen eh nochmal einen Kiefer erlegen. Der Hecke müsste genau hier sein. Müssen wir mehr Bärenleder mitnehmen. Vielleicht finden wir noch einen Marie-Giefer. Ah, Ragnetspinnen. Können mich mal die Opfer. Ich habe auch einen Weg gefunden, wie ich... Ich habe jetzt auch einen Weg gefunden, wie ich erst mal eine Vogelspinne töten lassen kann. Wildentau. Wildenhonig. Zack. Diesmal erschlau ich dich. Was haben wir jetzt noch hier? Hm, 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 hm. Ist das jetzt schon alles respawnt? Oh, ich hoffe. Hm, Axt. Ich weiß schon, weil die hier sind, den nehmen wir mit. Sie ist auch schon eine Biene. Sorry, Biene. Meine... Meine Rüstung ist noch nicht ready. Oh, ich bin in meine Axt gelaufen. Sorry. War nur ein bisschen mit Absicht. Ich finde das so geil, dass sie so zerbatscht sind. Ein Pfeil ist eigentlich das Problem. Darum bin ich schon einmal hier bin. Das ist die Kiesel. Machen wir die Tasche wieder voll mit dem Zeug. Ja, es wird nämlich schon wieder dunkel. Wie wir gelernt haben, ist das nix gut. Ja. 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 Darum ist ein Milchzahn. Muss ich mich wahrscheinlich hochbauen. Ich weiß, was da oben drauf ist. Schmombi Bierkäfer? Will ich aber nicht. Das haben wir erstmal wieder. Und ab nach Hause. Vielleicht finden wir ja noch einen Marienkäfer. Ich buche eh noch einen. Über zwei. Larven sind eigentlich ja nicht das Problem. Nur maximal nervig. Was ist denn im Kopf drinnen? Nö. Hier ist auch noch eine fette Spinne. Danke, dass du existierst. Und mir das Leben zur Hölle machst. Und mich einfach nur maximal abfuckst. Aber es ist, glaube ich, interessant, ob diese Wollspinne im Sandkasten nachts öfters umherlatscht. Kann man das ja ausnutzen für Materialien. Bidum, 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 bidum. Hallo, Mr. Marienkäfer. Ich bräuchte sie für ein Experiment. Wie standhaft sind sie gegen einen Hammer? Wee. Ich bin gut. Kann ich jetzt endlich mein Zeug reparieren? Dich reparieren. So muss ich Bärenleder herstellen. Bidum. Wow. Das war nicht sehr effektiv. Aber okay. Brauchen das. Brauche ich Marienkäferteile. Bidum. Richtig. Kommt es da hin? Da haben wir. Ist hier oben noch irgendwas? Nö. Nö. Wett zum Pflanzen. Nein. Ich hoffe, man kann auch ein Sprössling setzen. Dann gehe ich jetzt nämlich erst mal hier pennen. Ist auch noch voll Wasser hier. Kriegen haben wir. Ist nicht das Problem. Bereit zum Pflanzen. Viel Spaß. Ich gehe pennen. Ne. Runterfallen. Runterfallen trifft sie ja. Gut. Penn. Einfach nur schlafen bis zum Morgenraunen. No. Pass auf, meine Tasche. Ist das schon halb vergammelt? Nö. Zack, zack, zack. Können wir schnell machen. So. Ich kann mal aufhängen, weil aufgehängtes Zeug vergammelt nicht. Hier noch irgendwas drin. Okay. Okay. Na? Na, wo ist der Triggerpunkt? Okay. Okay. Zack. Warten wir. Ne, sowas können wir nicht reinsetzen. Stuhl. So. Nehmen wir uns erst mal das rein. Lassen wir uns erst mal da rein. Wir müssen echt unbedingt... Unbedingt... Wir müssen echt unbedingt... Äh... Noch eine Spinne erlegen. Äh, eine Biene. Okay, äh... Sollten... Äh... Kostet eigentlich die Reparatur. Kostet ein Bärenleder. Einmal, ja. Einmal ein Kieferteil. Okay. Wir... Wo waren wir Bärenleder reingeschmissen? Da. Nein. Da haben wir... Da bist du. Nehmen wir mit. Vielleicht finden wir ja noch... Was unterwegs. Einen Marine Käfer. Den wir noch erschlagen können. Hey, hier hat er wieder dieses Giftgebiet. Ich sollte ihn nicht so früh einlenken. Nebellabor muss ich auch noch. Aber erstmal holen wir uns eine Rüstung. Die Biene wollte ich auch noch erschlagen. Naja... Versprühe deinen Giftkeule. Ich bin auf der Durchreise. Nö. 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 Ich glaube, dass so ein Bombardierkäfer hat gegen so eine Spinne keine Chance. Wäre echt nice, wenn ich hier noch so einen Marierkäfer herstolzieren würde. Und ihn einfach erschlagen. So, also wird jetzt Mission sein. Die Biene erschlagen. Ich habe ja jetzt eine halbwegs freshe Rüstung. Ist das auch so ein Schlafwohle? Wir können hier aber mal was futtern, wa? Ich lasse mal noch. Gucken wir mal, wie wir eine Biene killen. Ja, wir sind ein Leder haben, ne? So, jetzt verschaffen wir uns erstmal die Aufmerksamkeit einer Biene. Hier ist es schon flattern. Ich höre sie flattern. Und das wird, glaube ich, ähm... Das wird für die nächste Folge. Damit verabschiede ich mich. Bis denn. Ciao. Ciao.